ja und an der stelle herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge minecraft tschuldigung dass ich kurz überlegen musste aber ich bin nebenbei noch ein anderer spieler im let's play und ja da komme ich manchmal durcheinander und will dann immer rise of the tomb rider sagen und et cetera et cetera pp was ich noch alles nebenbei let's play ok ja warum nicht hat ich gerade voll getriggert so halt alter ernsthaft dass ich ja kein fisch rein tun kann ich kann nämlich mal essen was das denn mach's jetzt tschüss so ok ja wir machen das jetzt mal so wie viele schweine haben wir ja noch nicht genügend da waren mit karotten war das ja mit karotten ja komm macht kleine schweinchen babys fein macht er das ja fein ich habe jetzt nicht schon alle hier ok wenn das so ist dann ist es so ja stimmt ich hatte ja vorher 30 ja das schild lege ich auch mal wieder ab das brauche ich momentan auch nicht monster zack 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 da tue ich das auch mal hier rein scheiße drauf das ist ja der gebratene der ist auch erledigt dann kannst du jetzt rein da unten ok dann machen wir das jetzt mal ganz einfacher ich würde jetzt runter gehen denke ich mal zu meiner farm und wird da die karotten mal ernten denn ich denke die sind so langsam mittlerweile bisher über rieft rote beete ist auch gut weil ich mich halt die ganze zeit frage na ok ich verstehe da gibt es nicht wirklich samenfühl da bekommt man karotten ok so so ok rote beete rote beete rote beete rote beete Vielen Dank. Okay. Zur Not muss ich noch anbauen, was man dann aber auch reagiert. So. Okay. Kann ich die eigentlich essen? Ja, die kann ich essen. Das ist schon mal gut. So. Ja, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich könnte wirklich anbauen. Nein, Feldwarn. Also. Wenn man mal ehrlich ist, zack, 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 so. Okay. Hätte ich gar nicht abfahren brauchen. Ach, scheiß drauf. Das hier muss weg. Das hier muss weg. Ja. Das ist schon mal komplett richtig. Das ist gut. Ja, ich meine, das jetzt per Hand war, ist mir jetzt egal. Andererseits. Meine Güte. Normalerweise müsste ich hochgehen. Und das komplett wegreißen. Also diesen kompletten Baum da. Hm. 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 So. 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 Komm. Das lustige ist halt mal wieder, dass dieser verdammte Baum in einen anderen Baum steht. Das ist halt das Problem. Ach, Mensch. Was soll es denn, Mann? Das ist halt das Problem. So. Das ist ein bisschen. Was soll ich denn? so Das heißt, hier, das muss noch weg. So. Dann mache ich ja immer eine Tiefe. Mache ja dann auch diese Miesen. Oh nein. Wo ist der? Wahrscheinlich unter mir, ne? Oh, scheiße. Shit. Muss ich gleich weiterbauen. Ja, ich muss mir da auch mal abgewöhnen, in anderen Häusern zu pennen. Ach so, der kann ja kein... Oh nein. Fuck. Mann. Okay, da war zum Glück eh nix drin, ne? Ach, scheiße, verdammt. Dieser Drecksack. Dieser miese Drecksack. Ach, komm. Mann. Das ist halt jetzt echt ärgerlich. Dass der mir ja alles weggesprengt hat. Mann. 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 1 ja und natürlich habe ich hier keine dingens drinnen waren ja war ja klar nach mensch menschens kinder normale warte mal das ging doch irgendwie so hier ne 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 so meine güte ja nämlich jetzt steinsichel ist mir auch real es kann ja echt nicht sein so was heißt was darf eigentlich passieren die einmal habe ich auch nicht hier war leck mich doch mal schön tschuldigung also was ist einfach nur ärgerlich wissen ok da muss doch wieder hoch dann muss ich doch leider wieder hoch und erst mal gucken wo meine eimer sind nein 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 ich hasse alles nein nein wo sind meine eimer hä ich hatte doch irgendwo eimer hier rumfliehen wo sind die habe ich die verloren geil ich liebe es ja ne ach ja komm her meine güte so nein man wie in eimer ach du scheiße ey okay eins zwei drei vier fünf sechs reichen jetzt sortiere ich aber erst mal das ganze zeug so was haben wir hier baumaterial hier rein zack hier rein hier rein äh nein das nicht das hier rein das hier das hier so was ist hier mit da kommt das hier rein halt okay ja gut wenn das so ist so dann muss ich mal ganz kurz hier rüber halt die brauche ich das hier kann hier rein das hier scheiß drauf rein damit rein damit rein damit nein ihr kommt zu mir ja dann sage ich an der stelle vielen vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten folge wieder und dann erweitern wir die farm ciao hat her er הע ёт